Hallo, hier ist Martin von meinem Ankees. Das ist die DAX Analyse für nun Dienstag den 28.02.2023 und damit den letzten Handelstag im Februar, heißt natürlich auch ab übermorgen oder ab einem Tag ab März, haben wir dann die Linde nicht mehr im DAX. Eine unserer stärksten Aktien überhaupt, die hat gerade hier auch, muss man schon sagen, den Bereich feterführend mitgeleitet. Also war hier, ich sag mal, unser Zugpferd, was den DAX nach oben geschoben hat und hat sich auch mit der hohen Performance, die sie hatte, in der Marktkapitalisierung im DAX deutlich nach vorne geschoben, sodass es schon ein bisschen schade ist, dass wir jetzt so einen guten Player, sag ich mal, im DAX verlieren. Aber ist okay, verteilt sich auf andere, halb so schlimm für uns. Wichtig ist, wie bewegt sich der DAX jetzt weiter. Wir haben jetzt gestern eine Situation gehabt, die wir eigentlich vorgestern auch schon hatten, beziehungsweise am Freitag auch schon hatten. Am Freitag haben wir gesagt, der liegt genau und der kann oben schon rausbrechen. Jetzt hat man für den Montag gesagt, dass er eine perfekte Vorlage hat, um unten rauszukommen. Das Einzige, was er eben noch machen sollte, wäre eben einfach unten noch einmal unter die Tiefs drunter zu gehen, um eben auch klar zu sagen, hey Freunde, ich hau euch jetzt hier ab, ich spiele SKS nach unten aus, ich löse den Doppelboten, was auch immer, auf und mache mich nach unten auf den Weg. Ein neues Tief hätte uns vollkommen gereicht, um hier mal Short zu zünden, hat er aber nicht angeboten, hat einen Aufwärtsgap gebracht und hat sich hochgedrückt. Wir hatten gestern gesagt, jetzt weiß ich nicht, ich will keinen Quatsch erzählen, 300, 270? Bestimmt, ne? Irgendwie, ich habe mir das Video von gestern nicht nochmal angehört, aber irgendwie so in dem Dreh rum hatte ich gesagt, dass so alles so über 270, 300 wäre ich eher vorsichtig. Können wir vorstellen, dass die den Gut wieder ein gutes Stück zurückziehen, vielleicht sogar in die 400 rein. Ja, 4, 65, 3, 65 ist dann alles schon in Anlaufmarken gewesen und das hat er auch gemacht, ne? Hat wieder ein ordentliches Stück zurückgezogen und wenn man sich jetzt anguckt, wie er vom Hoch dann wieder zurückkam, ist das erstmal relativ träge. Und das heißt, wenn er sich Mühe gibt am Dienstag, könnte er sogar oberhalb von 4,30 jetzt wieder aufdrehen oder weiter aufdrehen und mal versuchen, das Hoch bei 5,50 rauszunehmen. Ja, mach ein bisschen richtig schön, Stänkern jetzt nach, vielausbruch oben, vielausbruch unten, jetzt nochmal oben schön rüberlunzen hier, keine Ahnung, 5,85, 600, da irgendwie sowas rein. Das würde eigentlich ganz gut passen. Von dort dann nochmal zurück hier auf 4,60, 4,30, ne? Das wäre eigentlich ein perfekter Move jetzt, so für unseren Ducks, ja? Einmal hier oben drüber, dann wieder hier zurück. Das wäre sehr typisch. Aufpassen würde ich aber, weil wir ja vom Bewegungsablauf her auf jeden Fall keinen vollständigen Konter hinbekommen haben. Dass das nicht gegebenenfalls vielleicht wirklich schon der Ausbruch war, wir jetzt den Pullback nochmal in die Range kriegen, um uns einfach mittig etwas mehr Saft zu holen und jetzt rauskippen. Sollte der unter 3,80 abtauchen, ist 300 bis 2,70 nochmal Support, ja? Und darunter, muss ich ganz ehrlich sagen, wird der das Gap zumachen hier, so, 2,20 und dann macht der neues Tief hier. Dann stellt er sich auf 15,150, 15,100 nochmal runter und dann hängt er unten drunter und kann hier raus und die SKA ist ins Ziel bringen, ja? Also würde ich für den Dienstag definitiv oberhalb von 4,30 Long Position suchen, ausbauen, pflegen, behüten Richtung 550, 600 vielleicht, ja? Würde unterhalb von 3,80 gegebenenfalls vielleicht sogar eher ein bisschen was rausnehmen aus der Long Seite, aber nicht zwangsweise Short aufsuchen, ja? Würde nach mir den Bereich um 3,70 dann angucken, sollte bis dahin gucken und alles, was tiefer geht, ist für mich dann schon wieder Grund zum Shorten. Dazwischen würde ich nicht zwangsweise in neue Positionen eingehen, eher Bestandsposition pflegen, aber wenn jetzt 3,70 nach unten auch wieder bricht, dann haben wir ein tieferes Hoch, haben wir ja hier ohnehin die ganze Zeit schon, ja? Und dann schiebt es sich schon noch ein tieferes Tief nach, ja? Also so wäre jetzt erst mal mein Anhang, ich würde mal aber sagen, so wie es sich jetzt gegeben hat, auch mit dieser kritischen Situation, und er hätte nur einen Abwärtsgeber bringen müssen, und er hätte sich 200, 300 Punkte in der unten strecken können, hat aber nicht gemacht, ja? Und so wie er sich jetzt so schön wieder hochgezogen hat, würde ich fast denken, dass die zum Dienstag da eben auch nochmal nach oben anziehen, ja? Deswegen oberhalb von 4,30 ist, glaube ich, für mich das Wichtigste zum Dienstag, würde ich eher auf der Long Seite suchen wollen, ja? Dann mache ich hiermit das Video zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss!